Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Banjo und Kazooie. Wir sehen uns hier in Manjo. Willkommen zu Luigi's Mansion mit Banjo und seiner Hauptrolle. Natürlich, nein, wir sind hier in Magmonster Manjo und hier sind Geister, die in der Twitter. Ey, bist du schwul? So geht's. Wir machen erstmal diesen Labyrinth hier für dich, weil ich hier Notarmen empfehle und Momoschäden und Gott weiß doch, was alles da drin ist. Ja, wir sind... Boah, jetzt gibt's Fraps, oh klar. Ah, jetzt rutscht er wieder ein bisschen, das packt mich ab. So, warum, ähm... Ich bin hier nicht so stark. Ich bin hier nicht so stark. Äh, Ursache, äh, ich herausfinde. Schnaufe. All die Wachung ist weiter. Ich bin hier nicht so stark. IchEM auch hier nicht so stark. Schon wieder fröhécpekter. Ähm, was sind wir denn sonst da? Ja, hier sein uns zwei Mote? Irgendj listings. Na, da. Ja, wir sind erst mal rot, ein bisschen am Sammeln, weil ich finde das ein bisschen besser und muss auch gemacht werden, wenn das nicht so hingehören würde. Das war die Inga gerade sehr schlecht. Socht ihr alle unkomisch zu werden? Ja, heute ist ein komisch, alle sind schon. Ach so. Ah. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr hier weiter. Ich stehe gerade auf den Grabs an. Ich bin immer am Ruckeln, aber das vom Allerfeinsten. Okay, wie soll man da reinkommen? Ja, das war's mit dem Labyrinth. Toll. Anderer Weg. Hier raus. Ja, man kann auch andersrum rein. So, ich, ich gebe zwei Wege. So, jetzt sind die runter. Wenn ja, wahrscheinlich wegen dem Labyrinth, weil das so zu viel ist. Okay, warum googelt das gerade so schlimm? Ich würde mal gleich sagen. Wir sehen uns gleich, wir schauen uns mal kurz an, warum das so ist. So, ich hoffe, jetzt habe ich das ein bisschen behebt. Äh, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber... Äh, darauf schimpuliere ich jetzt nicht weiter. Und ich leh einen Jindu. Das ist sehr gut. Ähm, was mache ich denn jetzt zuerst? Ich hole zuerst mal das erste Pussy-Teil. Und das ist nämlich... Und zwar in so einem Haus. Haus am See. Und mit dem... Oh, der Schatz-Gift. Na? Gift. Gift. Here. Let Me Face. Zum Geh twenty. Oh, der Azur. Was macht die Labyrinth? So, der Desde die Luft? Okay? Die immer so coffees! Nein, wir kriegen jetzt im nächsten Level Viele Probleme Weil ich das weiß Will ist beim 21 Sehr, 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 sehr Sehr richtig So, wir gehen jetzt mal hier lang Du bist wirklich Du bist wirklich Ich bin aber erstmal Nein, ich küsse mich nicht Ich bin im Gartenzaun ein wenig So, wollen wir da hin, oder? Okay, dann nehmen wir nochmal hier ein bisschen die Zauber Ich bin jetzt erst mal am Und noch zu sammeln Das ist so richtig Weil Torten sammeln Das kann ja die Zauberheilheit Das war's für heute. Das ist nicht der Schlaf! Das ist nicht der Schlaf! So jetzt mal! Jetzt gehen wir hier runter! Tanzerhunde bitte! Ah! Da schon mal! Ah! Das ist schlecht! Oh oh! Jetzt wird's fies! Auf bitte! Die Not zusammen stand mit der Verwandlung rein! Ja! Banjo! Mein Gott! Ich weiß nicht! Ja, es ruckelt wieder! Das erste Punkt! Und jetzt muss ich wieder ein Lebenspunkt! So! Okay, auch nur mehr! Weg dich! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Mein Moor ist gerade ziemlich her! Aber... Wir waren noch weiter! Wir haben noch nie! Wir würden jetzt noch... Leider! ... 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 Die Partie-Armung ist nicht ein... Nein! Dornen! Dornen! Ja, das hast du... Wir sind richtig verkleidet... Ich als Bär... ...und Kazumi... ...als meine Freundin! Hehehe... Toll! Ah, da ist noch die Tür! Hallo! Wir brechen einfach in die Party an! Dies, ungebeten Gast... ...wüpft bald auf den... ...auf dieses alte... ...Lava-Witze hier! Und hier seht ihr... ...ein... ...mini-game-Rätsel! Wir müssen Banjo und Krisen... ...im... ...sogenannten... ...Schrittwannsprogramm-Präsident... ...zureck... ...Baaaaaah... ...Baaaaaaaaaa... Aua! Ha! Ach so, wenn wir Falsche Fenster... ...wenn das mal das klennen! In, 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 in... Das ist ein... ...das hat sich... Ey bist du schwul! Scheiß Geister! Benjo! Kaaaaa Ich schwöre dir, ich bring den gleich rum, wenn der mich jetzt noch einmal dreht. Scheiß Geister! Kaa 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 Z Oh, das ist mein Z Treff andere! Keine Ahnung, Kaa Z Z Z Z Z Z Beinnerte Scheiß Geister! Ah! Das hat nebenabgezogen und schlecht! Z 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 Ich weiß nicht, wo wir sind, aber auch real. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. In Benjo-Kazoo-I-In-Irgendetwas. Ja, bis dann und ciao.